Musik 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 Die Angriffe auf unsere vorhersehbare Welt, auf alles, was uns wertvoll ist, also die gesamte Value Chain, werden immer intensiver, immer heftiger und immer nachhaltiger. Es geht um Innovation, es geht um Qualität. Ein Produkt, das Abfall wird, hat einfach nur einen Qualitätsmangel. Es ist kein moralisches Thema, es ist einfach nur schlechte Qualität. Die Chancen der Digitalisierung werden bisher gar nicht genutzt. KIT oder KI? Ja, eher KI. KIT! KIT war eigentlich der Vorgänger von KI, also wird abgelöst von KI. KIT! Oh nein, ich bin eher für Zimt-KI. KIT! Ein Match für beiden. KIT ist ja gefährlich, aber KI wird uns auch umbringen, denke ich.